hey leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spiel machen wir ein anderes game als minecraft what the fuck ich habe mir ein neues spiel an den start zombie party ist das ganze hier und das spiel habe ich von meinem bro zum geburtstag geschenkt bekommen an der stelle noch mal danke an lieben fleißig weiter dass die grüße geht raus und ja mir gefällt das spiel mega ich habe es schon ein bisschen angezeigt deswegen sieht man auch diese coins hier und ja wir gehen einfach mal in lokale runde ich nehme diesen tut hier ich finde ihn relativ cool wird auch andere nehmen hier zum beispiel die sarah den amelio die alexis den karl und dann kann man auch andere freischalten den robben den bob oder shadow oder so je nachdem kann jetzt alle freischalten okay der sieht heftig aus egal wir bleiben bei dem guten alten johnny weil er ziemlich ausgeglichene stats und ja wir gehen im spiel kann man kurz noch mal die steuerung sehen wie man das ganze macht und wir fangen erstmal mit dieser pistole an mit der man dann so rumballern kann und gleich kommt das spielprinzip geht es darum dass man einfach so viele wellen wie möglich überleben muss jedenfalls in diesem spielmodus ich habe mir die anderen spielmodus noch nicht wirklich angeguckt und geiler blaster meiner meiner aber ich behalte ihn mal lieber bis zum ende ein ball artefakt ja dann ist es nämlich das ganze auch nicht so laut ich möchte auch natürlich dass man mich noch hören kann in der aufnahme und ja die erste welle dürfen wir nicht geschafft haben sieht auch ein ladebiken wie viel man von der welle geschafft hat und ich gönn mir als ich im lightsaber aufgesammelt mega nice okay da kommt direkt die zweite welle oh nein oh nein warum mach ich das oh man shit was macht der lightsaber ich bin neugierig let's go lol lol es hat mega damage gemacht mega interessant ich möchte haben die weg ja meins ich habe es meins ich weiß nicht jedermann ist ein fan von pixel game aber ich bin einfach mega hype was dieses spiel betrifft ich habe einfach jetzt mal die pause geskippt da ich nicht genug coins habe mir was sonderlich gutes zu holen und okay da ist eine eingefroren kommen richtig krasse gegner schon oh man oh man oh man oah alter das ist nur richtig fetter alter da badern wir erstmal rein mit unserer geilen waffe alter ich habe mal richtig zerberstet lol nice so können wir im inventar mal irgendwelche artefakte hier auswählen oh man oh man es geht schon direkt weiter kann ich mich hier verstecken nein kann ich natürlich nicht man die auch irgendwie zu schön gewesen wow bam alter der ist fett der ist echt fett wo oh shit nice ich habe hp dazu bekommen so nice alter das ding ist mega heftig danke alter das zerberstet alles mega nice äh brust da ist wieder die kanone so schnell wegrennen oh man ich verliere zu viel hp weil ich mich einfach dumm anstelle ich muss die einfach schnell töten so nice haben die welle auch geschafft ich könnte zum shop jetzt gehen und mir was holen in welcher waffe möchte ich dann spielen ich gehe mal zu zu dem dude hier hi kannst du mir eine geile waffe anbieten mhm nicht so wirklich also was ich im riktar möchte das hier das ist mega heftig ähm aber dann spielen wir einfach weiter oh man ich glaube jetzt wird es mega warte ich warte erst mal auf die ganzen ooooh och man shit das ist ein artefakt kurz mal mit der shotgun hier durchballern ich hab's nein ich hab's nicht Mist ich hätte das artefakt nicht kriegen können freeze time alter nice bam enjoyed alter sind viele gestorben bam 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 stirbt lol ooooh alter mega heftig ich hab ein level ab schnell wieder weglaufen ich glaube wir jetzt mal ein bisschen aus der ferne arbeiten hier mit der AK ich weiß nicht ist das eine AK? ich weiß es nicht gönnen wir uns auf jeden Fall mal gönnen wir uns auf jeden Fall mal hier die letzten Gegner so oh ne oh man shit Mist weg der Boss ist echt heftig ich mach mich da liebe aus dem Stau bam komm nimm doch ne andere nimm doch ne andere Waffe shish bam 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 kam oh oh kann ich ihn ausrechnen? oh alter bisschen weg rennen Ich muss den Damage machen Komm, please Alter Nein, nicht in die Druckwelle Nein Noch ein Leben Gefährlich Wenn ich irgendwo Health kriegen würde Wäre das jetzt besser für mich Ich bin One-Shot jetzt Oh, Mama Alter Please help Ich beballer den schon echt nicht schlecht Aber ich bin krass Oh Shit Nein Ich bin gestorben No Verdammt Egal, Leute Ich hab mega viel Spaß gehabt Diese Runde Und ja Wenn ihr einen weiteren Part sehen wollt Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da Auch wenn es euch gefallen hat Lasst einfach eine kleine, freshe Bewertung da Wenn es euch nicht gefallen hat Lasst einen Daumen runter Da ist mehr, wait Schreibt einen Kommentar Oder lasst einen Like da Wenn ihr das mehr öfter Mehr Wenn ihr das öfter sehen wollt Und ja Ich verabschiede mich Und Haut rein Tschüss 不要 Nooo Also Nos E I I I I Jud Just